Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoshi's Wo, liebe Welt. Hallo, ich nehme mal den Nacht-Yoshi. Ja, ich habe gerade den Nackt-Yoshi verstanden. Der Nackt-Yoshi. Aber wenn dann wohl Yoshi nackt ist, ist der denn überhaupt existent? Was für eine Frage. Und zu der Frage, ob wir hier mal die Trickstecker wechseln können. Das ist einfach so, die anderen Sachen bringen uns einfach nichts. Von den Belohnen macht nichts Sinn, weil wir zum Beispiel keine Probleme haben gegen Gegner. Und wenn wir halt wirklich schauen, dass wir möglichst 100% von den Leveln immer haben, dann ist es einfach am sinnvollsten, wenn wir versteckte Dinge sehen und die anderen auch noch anziehen können. Weil das ist genau das Problem, was wir beide nämlich haben. Es wurde ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich soll doch das nehmen, dass ich nicht abstürzen kann. Aber das macht ja... Wo sind sie nur? Bei den Blumen? Okay. Okay, das macht aber nicht wirklich Sinn, weil wenn mir einer abstürzt, dann sind wir ja nicht direkt besiegt. Sozusagen, da kommt man ja einfach direkt von oben wieder. Das ist bei zwei Spielern, glaube ich, das Sinnloseste. Einmal... Oh... Warum legen wir uns da standardmäßig hin? Vielleicht ist das eine Klette und wir kriegen den Kopf nicht gut. Ja, nee, stimmt. Wir können hier so... Das macht sogar Klettgeräusche. Oh Mann. Das war jedes Mal, wenn wir hochspielen, man so... Oh. Da hat eine Mutter gespuckt. Oh. Ähm... Ähm... Okay, jetzt nicht. Ähm, ähm, irgendwas... Ach ja, genau, es gibt gar nicht so wirkliche... So wirklich viele Abgründe. Ähm... Die meisten Sachen... Die meisten Sachen sind ja Lava oder sowas. Weil... Oder... Ich weiß es nicht, ob das vielleicht auch als Abgrund... Ich komme schon hier... Kommst du hier hoch? Ich komme hier hoch. Ich kann nicht länger hier hoch. Warum kann ich hier von nicht abspringen? Nein, nein, nein. Ah, dann bin ich tot. Warum kommst du denn nicht hier hoch? Ich... Jetzt. Ach, jetzt komme ich hier wieder runter. Na toll. Ich war gar nicht tot. Toll. Hä? Wofür ist das denn? Warum... Wir müssen ja mal auf gut Glück abspringen. Aber da du ja alle Sachen anziehst, wüssten wir ja das ja theoretisch... Was ist denn Schwachsinn? Naja, also ich... Ähm... Moment, Moment, Moment. Vielleicht... Springen wir kurz ab nochmal. Moment, wir können doch nur nach oben klettern, glaube ich. Nein! Was machst du denn? Warte! Ah! Ich habe dich nur an die Klette gespuckt. Ja, aber erst mal hast du beide... Jetzt geht aber weg! Aha! Ein Blümchen! Ah! Jetzt sind deine... Jetzt sind... Siehst du jetzt sind wie weg auch noch die Wollteile? Du musst nicht stampfen darauf! Sieht aber lustig aus. Sooo! Ich bin... Ich bin gegen dich geklettert und dann... Warum hast du das denn gemacht? Ich komme schon hinterher! Turbo klettern! Oh! Das ist ja mal praktisch. Okay, da lassen wir nicht mehr. Das Level ist voll süß. Guck mal, da unten, das Teil ist ja lustig. Aber was ist das denn? Das ist ja süß! Ja! Komm herunter, komm herunter! Ich komme ja schon. Ich bin rückwärts. Okay. Guck mal, Popo kommt zuerst. Super. Ah, guck! Dann ist wieder so ein komisches Vieh. Moment. Achtung! Stopp! Ah! Hattest du ihn nicht gesehen? Doch schon, aber du hast mich dafür gesorgt, dass ich wieder hochgehüpft bin, weil ich auf dich draufgehüpft bin. Wolle, 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 wolle. Ich finde das sehr lustig. Es ist echt so cool. Wann mal ganz kurz. Okay, ich lasse... Nein! Habt der Huser! Wann mal kurz. Ich schaffe das noch. Sehr gut. Fass! Ich wollte noch nicht mehr so lange warten. Okay. Das ist so cool. Da! Ne, ne, da kommen wir, glaube ich... Ich glaube, wir müssen... Ach, ne, da kommen die Dinger. Ja, ja. Ich brauche hier oben jemanden, der schießt. Alles meine. Ja, das ist aufdecken. Das ist nämlich echt praktisch. Da würde man nämlich hier sehen, wenn da unten was unsichtbares wäre. Wobei, ich werde einfach noch mal ganz was mit runter. Au! Ich bin richtig schneller. Komm. Nein. Nach unten. Komm, nach unten. Geh mal nach unten. So. Können wir mal gucken, ob hier drüben noch mal was ist. Wow. Blatt. Warum bist du denn auch mit runter gehüpft? Das sollte runter. Ja, aber nicht so weit runter. Du musst dir schon auch mal entscheiden. Echt? Vorsicht, Vorsicht. Oh. Wolle, wolle, wolle. Okay, ich muss mal einer hier. Da drüben, das kann ich mal noch holen. Da oben ist das Durchsichtiges. Yes. So, sonst ist hier nix mehr, ne? Ne, sonst wäre das aufgedeckt worden, wenn ich in der Nähe bin. Oh, die sind schneller. Au. Müssen wir nach oben kommen? Ja, ich mache schon. Ui. Immer, immer ne Runde machen, komm. Und nochmal, weiter. Ui. Jetzt hau es. Oh, jetzt ist es leer. Ne, ist es leer. Was, da kommen wir hoch? Ja, müssen wir. Du darfst nicht alle wegnehmen, sonst komme ich da nicht hoch. Ähm. Oh, das ist ja langsam. Ist ja auch für dich jetzt echt entspannt. Ich glaube, dass wir einfach alle von den Musen einsammeln müssen. Und dann kommt vielleicht irgendwas noch. Ja. Ein Blümchen. Hier von wegen, wo sind sie nur voll easy zu finden? Moment. Ja, bislang. Wir müssen die hoch, ne? Wow. Du darfst nicht immer die... Du hältst mich auf, glaube ich, hier. Du hältst mich auf. Wie kann ich denn... Ah, haha. Huch, da oben fliegt meine Molle. Hahaha. Das Level ist so cool. Ah. So. Ne, jetzt war ich ja leveln, bitte. Hups. Okay, wir müssen da auf jeden Fall in die... Da war es jetzt etwas zu langsam hinterher. Komm, 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 komm mal drüber. Komm wieder drüber. Komm wieder drüber. Yes. So, und jetzt geht es weiter damit. Äh, Achtung. Ich brauche. Mami. Ah. Was denn? Warum mache ich... Ich... Ich verdrück mich immer. Ich mache immer das Stampen. Okay, wir müssen jetzt... Jetzt rüber. Und wieder rüber. Okay. Also, irgendwie, glaube ich... Ich trau den Braten nicht. Genau. Sehr gut, da hast du schon. Yay. Bislang haben wir noch alle. Wenn wir nichts verpasst haben... Ah, nee, stimmt. Macht ja keinen Sinn. Autsch. Irgendwas haben wir aufgedeckt. Ich glaube, das ist hinter dem blauen... großen... Nee, da oben. Okay. Aber ich glaube, der Moment dahinten... Ich glaube, wir können irgendwie noch dahinten... Wolle ich den einschlabbern und jetzt hilft der genau... Nee, kann man nicht. Das wird eine sehr bunte Mischung. Das ist wieder so eine... Moment, darüber können wir aber... Das ist wieder so eine ähnliche Mischung, wie ich jetzt gerade bin. Guck mal, ich versuche dir in den Arsch zu fliechen. Aua. Sehr gut. Hast du toll gemacht. Das war nicht mal Absicht. Da bin ich jetzt echt durch Zufall hochgekommen. Aber noch die Münzen dann drüben holen. Okay, und weiter. Ich gehe hier rüben. Nein, nein, passt schon. Du musst auf der anderen Seite. Okay. Was meinst du, da unten ist vielleicht irgendwas? Glaube ich nicht. Mal gucken, nur mal. Sieht aber nicht so aus. So hätte ich es eigentlich schon anziehen müssen, glaube ich. Das Einzige, was man machen könnte, wäre... Was es vielleicht da unten drunter ist. Nee, geht nicht. Ich komme noch nicht weiter. Okay. Oh, das ist wieder da. Yay. Ah, hier unten ist jetzt was bestimmt. Nein, verdammt, warte kurz. Ich glaube, ich habe da ein Problem, wenn du mich da mal rausholst. Ja. Harte. Mensch, Fabi, wer steht es da ab? Ja, das sah nämlich direkt so aus. Hey. Damit haben wir schon mal das erste Missionsziel. Das hat mich hochgeschoben. Das hat mich, du Mörderin. Ja, mein Lappen. Vorsicht. Au, au. Du hast mich verschluckt. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur springen. Warte, Moment. Ich beeile mich. Nach unten zu kommen, immer. Warte, lutsch nach oben. Danke für die Wolle. Ja. Oh, Mann. Jetzt. Ich gehe leichter rüber, wenn die wieder... Hol dir lieber erstmal die da oben. Ich hole die links, du holst die oben. Das waren schon alle. Ich habe leider keine Wolle mehr. Dann mach mal ganz einfach. Entschuldige, Kon. Unglücklich. Ich wollte nach oben schlabern, aber habe ich nicht gemerkt, dass du über mir bist. Habt nix. Da oben ist das bestimmt auch noch ein Glas. Ja, ich wollte noch nicht mit einem halben Herbst probieren. Hoch, Alter. Dann gehst du einfach hoch. Los, nicht durch die Tür gehen. Sehr gut. Ey. Wow. Wie viele dicke, wie viele dicke Ommel ich habe. Alle Blödenchen. Das fand ich hier gar nicht so schwer. Nö. Eigentlich sah es von außen schwerer aus, was sie so geschrieben hatten, als das jetzt war. Es ist ein ultra geniales Level. Also das hat echt Spaß gemacht. Sagen wir mal was. Das war nicht so. Aber was könnten wir diesmal für einen Yoshi haben? Wir haben auch alle Stempel. Komm hoch, Kalli. Yay. Ich habe eins. Ich habe eins. Die Welt fand ich geil. Das war jetzt mit die Beste fast. Das ist mein Lieblingsfeld bislang. Die war richtig, richtig cool. Aber guck mal, wir haben echt alles. Ich weiß nicht, wir haben aber Herznamen nicht voll. Ja. Oh, nur richtig wenig. Ja, die Welt, die war super. Hoffentlich kommt nochmal irgend so was. Kann ich hier nicht auch das haben mit dem Anziehen? Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre ultra fies. Entschuldigung, ich habe dich aus Versehen eigentlich nicht eingesaugt. Lassen Sie mich raus. Danke, dass du mich noch nach oben gespuckt hast. Du hast mich noch in die nächsten Teile reingespuckt. Mann, hohoho. Ich habe, glaube ich, eine ganze Zeit, habe ich es einmal geschafft, die Melone zu bekommen. Du bist die Melone. Das ist, was er gesagt hat. Warum schiebst du mich eigentlich immer so nach drüben? Deswegen. So, was kommt jetzt? Was warst du? Du warst Grusel-Yoshi, ne? Ja, das ist das Gegenteil. Oh mein Gott. Party-Yoshi? Farbklecks-Yoshi. Warum auch nicht? Hat er so viel Weiß? Das ist eigentlich nicht so... Das war doch nur einmal Weiß, oder? Das war sehr gibige Wolle. Das klingt ja aus wie ein königliches Zepter. Ja, es ist doch Kameks Zauberstab, oder so. Oh Gott. Mal gucken. Das ist... Kameks Krawall auch, ja. Wahrscheinlich. Weil Kamek ist ja nie der Oberboss gewesen. Wahrscheinlich kommt das hier Kameks Welt. Und dann kommen wir hier oben nach Bowsers Castle. Vermutlich. Ist ja nur noch die zwei. Ja, stimmt. Und damit verabschieden wir uns hier aber auch. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao, ciao.